Guten Tag, die Kriminalpolizei. Guten Tag. Wir sind von der Kripo. Alles ist gut. Alles ist gut. Kein Problem. Was ist denn los? Kommen Sie doch mal raus aus dem Wasser. Warum nicht? Kommen Sie mal ein bisschen näher. Wir müssen einfach gehen. Bitte. Warum? Was wird gefilmt? Das hier wird gefilmt? Ja. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Vor was haben Sie denn so eine Angst? Was ist denn passiert? Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Wie ist denn Ihr Name? Jenny. Und Ihrer? Lena. Jenny, Lena. Ich sag mal, du komm doch mal her. Es ist doch nichts, was hier gefährlich ist. Gar nichts. Es ist niemand da. Da haben wir oben noch eine Frau gefunden, die auf dem Geländer rumstreifte. So ein bisschen. Kriminalkommissar Tom Jankowski und Kriminaloberkommissar Linus Haie haben eine erste Vermutung. Jemand hat den Mädchen damit gedroht, dass etwas Schlimmes passiert, sobald sie den Pool verlassen. Linus Haie will ermitteln, ob die Frau die beiden oder den Hausbesitzer kennt. Haie von der Kripo Duisburg. Hallo. Mein Name ist Doris Lambert. Stimmt, das sehe ich hier auch. Was machen Sie hier? Ja, das ist so. Ich suche hier meine Tochter Jenny. Und zwar habe ich mit der telefoniert. Okay. Vor einer gewissen Zeit, dann hat sie aufgelegt, dann habe ich nochmal versucht anzurufen und dann ging sie nicht mehr ans Telefon. Und woher wissen Sie, dass sie hier ist? Wir haben in der Familie Just for Fun eine Ortungs-App installiert. Und die habe ich jetzt einfach mal benutzt. Okay. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Das ist ja kein kleines Kind mehr, aber sie ist sehr verlässlich. Wenn die sagt, sie kommt nach Hause, dann kommt sie. Linus Haie vermutet, dass es sich bei der vermissten Tochter um eines der Mädchen im Pool handelt. Sein Plan? Die Schülerin mit Unterstützung ihrer Mutter zum Reden bringen. Kennen Sie die beiden? Jenny, Lena! Komm mal da raus! Warum steht die denn da? Nein, da ist der Wäsche! Lena, komm doch einfach da raus! Jenny! Mama, du musst gehen! Nein, du musst nicht gehen! Kommt jetzt hier raus! Komm nicht da rein! Nein! Ich bin fertig! Nein! Du weckst dich doch nicht so auf! Du brauchst doch bloß hier rauszukommen mit den Mädels! Linus! Was ist denn los hier? Sie sind der Hauseigentümer? Genau! Schönen guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Wir wüssten gerne, warum in diesem Pool diese beiden Mädels... Sie kennen sich! Ja, selbstverständlich! Das ist Jenny, meine Schülerin! Das ist doch unglaublich! Das war ja klar! Du hast mein Vertrauen missbraucht! Ich habe deine Projekte gefördert! Und jetzt brichst du in mein Haus ein! Das ist doch unglaublich! Kommen Sie mal wieder runter! Das sieht ja wohl nicht aus wie eine fröhliche Planschparty! Ach! Was ist das denn? Brechen in mein Haus ein? Schwimmen in meinem Pool? Also was ist das denn dann? Guter Mann! Guter Mann! Jetzt mal ganz ruhig! Das ist hier eh schon so ein bisschen laut durch die Halle! Sie sind der... Was sind Sie? Wieso Schülerin? Ich bin der Direktor! Sie sind der Schuldirektor! Aha! Und Sie wohnen hier? Das ist Ihr Haus? Das ist mein... Und dann ist das auch in Ihr Pool? Aber warum sind die Mädchen in Ihrem Pool? Das möchte ich gerne... Ob die Schülerinnen wirklich ins Haus eingebrochen sind, ist für die Kripo-Beamten gerade zweitrangig. Linus Haie findet heraus, wovor die Mädchen solche Angst haben. Guck mal! Ich mein... Da läuft ein Kabel... Komm hier! 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 Für die Ermittler ist damit klar, dass die beiden Mädchen keine Einbrecherinnen sind, sondern Opfer einer Straftat. Womöglich hat ihr Schuldirektor etwas damit zu tun. Der Kriminaloberkommissar stellt den Mann deshalb zur Rede. Haben Sie regelmäßig ein 380-Volt-Kabel in Ihrem Pool liegen? Das ist nicht mein Kabel. Das ist nicht Ihr Kabel? Ich weiß auch nicht, was das hier zu suchen hat. Ich habe auch keine Geräte, die mit 380 Volt betrieben werden. Das ist mir gänzlich unbekannt. Das gehört definitiv nicht hier rein. Ganz sicher nicht. Ja, dann erzähl doch mal. Ihr müsst jetzt keine Angst mehr haben. Wir waren heute auf dem Weg zur Schule, weil wir uns treffen wollten. Dann wurden wir von einem Van gepackt. Ein schwarzer, schwarz-matter Van ist neben uns angehalten. Dann haben uns drei vermumpfte Personen ins Auto gezehrt. Und dann wurden wir hierhin gebracht und ins Wasser geschubst. Das gibt es doch nicht. Und die haben euch vorher ein Bikini angezogen? Nein, die haben uns einfach ausgezogen. Und da haben wir auch echt Angst bekommen. Am Anfang dachten wir, dass das nur ein Scherz ist oder ein dummer Spaß. Weil das bei unserer Schule, also die Lena geht auf eine Nachbarschule. Und die Schule, auf die ich gehe und ihre Schule, die kriegen sich seit mehreren Jahren. Und da sind so sozusagen Pranks an der Tagesordnung. So was wie Sahnetorten ins Gesicht oder Zahnpasta unter Türklinge. Aber das geht zu weit. Wir haben erst gedacht, dass das mit dem Van, das war auch... Da dachten wir uns auch, dass es nicht jetzt nicht so schlimm wird. Aber sobald die uns ausgezogen haben, haben wir Angst. Alles gut, alles gut. Alles gut, jetzt ist es auf jeden Fall vorbei. Aber die drei Typen kanntet ihr nicht? Das war, ich glaube, zwei Typen und eine Frau auf jeden Fall. Wir haben sie nicht verkannt, dass sie verrundet waren. Haben sie gesprochen mit euch? Die haben uns nur gedroht, dass sie uns hier grillen würden, wenn wir uns bewegen würden. Das ist für mich völlig unverständlich, muss ich Ihnen sagen. Aber das mit den Schulstreitigkeiten mit der Nachbarschule, das kann ich durchaus bestätigen. Das geht schon seit vielen, vielen Jahren so. Die Jenny, die hat da ein tolles Projekt in die Wege geleitet, um da ein bisschen zu vermitteln. Das hat eigentlich auch sehr funktioniert. Wahnsinnig tolles Arrangement. Umso mehr bin ich jetzt auch enttäuscht, oder war ich enttäuscht, dass das jetzt hier eingebrochen wurde. Aber warum die Tür offen stand, ich kann es Ihnen nicht beantworten. Menschen, die Streitsituation mit ihrer Zivilcourage versuchen zu schlichten, werden leider immer wieder Opfer von Angriffen, Anfeindungen. Sodass es leider immer dazu kommt, dass die Zivilcourage bei den Bürgern immer weiter absinkt. Und am Ende hilft keiner mehr und das hilft keinem. Und von daher finde ich es ganz toll, was die Mädchen hier gemacht haben. Meine Tochter hat da mehrmals schon interveniert bei dieser Schulfide. Ich wusste ja, dass das schlimm ist, aber dass das so eine Ausmaße annimmt, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe hier gerade eine Nachricht, ich habe hier gerade eine Nachricht, aber schau mal auf deine Webseite. Schau mal runter. Ach, das gibt es doch gar nicht. Schauen Sie sich das doch mal an. Was ist denn das? Was ist denn hier los, verdammt? Zeigen Sie mal hier. Schauen Sie sich das doch mal an. Was ist hier los? Echt heiß? So will ich treibt es dir direkt mit seinen Schülerinnen. Ich meine, das ist der Pool und das sind die Mädchen. Wenn das die Landesschulbehörde mitbekommt, wisst ihr ja, was da los ist? Mädchen, das geht zu weit. Glaubt mir das. Nein, 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 da lest du zu. Dafür können die Mädchen doch nicht. Die Mädchen, die haben das ja mit Sicherheit nicht ins Netz gesteckt, die waren ja bis eben im Pool. Ja, da haben sie ja keine Technik vor. Wann sollten Sie das denn gemacht haben? Im Wasser oder was? Rufen Sie noch mal diese Nachricht auf, bitte. Geht das? Schauen wir auf die Schulwebsseite. Aber kennen Sie die Handlinie noch mal? Nein. Doch, warten Sie mal. Und da gab es doch diese Frauke. Wer ist Frauke? Ja, das war eine ehemalige Mitarbeiterin, die muss sich leider entlassen. Also pädagogisch völlig neben der Spur. Die hat dann während dieser Phase natürlich die ganzen Schüler aufgehetzt, hat da wilde Sachen abgezogen. Die haben mein Büro verwüstet komplett. Also das war schon unter der Gürtellinie, definitiv. Richtig harter Tobak. Okay. Alles klar. Wenn Sie soweit sind, kommen Sie einfach mit nach oben, ja? Ja. Für die Kripo-Beamten sieht nun alles danach aus, als ob die Täter dem Direktor schaden wollten und die Mädchen Mittel zum Zweck waren. Sie ermitteln drei Schüler, von denen einer wegen seiner bösartigen Streiche einen Schulverweis erhalten hat. Die Kommissare wollen die Jugendlichen sowie die gekündigte Lehrerin auf der Wache vernehmen. Doch das Trio macht auch vor den Polizisten nicht halt. Also bei diesen Feldkämpfern hier handelt es hier um Schüler der beiden verfeindeten Schuhe. Wir haben sie dann im Laufe des Geschehens separieren können, so ein bisschen trennen können, haben sie auseinander dividiert. Und ja, sie haben uns dann natürlich in einer sehr aggressiven Art und Weise von diesem Streit berichtet. Für Gottes Willen, ey, wo bin ich denn hier gelandet? Dann wäscht ich dann gleich die Autos. Alle sechs, oder? Das Vorgehen der Ermittler? Die drei Angreifer zunächst in die Arrestzelle sperren und den Tathergang von den Geschädigten durch Kollegen aufnehmen lassen. Die Kriminalisten stellen indessen die verdächtige Lehrerin zur Rede. Sie hätte ein Motiv. So, Frau Zonsa, Sie sind Lehrerin, waren Lehrerin? Ich bin immer noch Lehrerin, aber ich wurde vor zwei Wochen gekündigt. Warum denn? Ich hatte eine verbale Auseinandersetzung mit einem Schüler. Ich habe ihm gesagt, was er zu tun hat. Er hat das, was ich gesagt habe, hat er nicht befolgt. Und dann habe ich ihn angeschrien. Und dann kam der Direktor und hat mir gekündigt einfach. Okay. Was haben Sie daran getan? Ich habe nichts mehr getan. Aber wo waren Sie denn heute Morgen? Ich hatte heute ein Vorstellungsgespräch. Wo warst du das denn? Ja, beim Albert-Einstein-Gymnasium. Haben Sie noch mal eine Telefonnummer? Ja, gerne. Also diese Unterstellung vom Direktor. Ja. Also, ganz ehrlich. Nein, nein, das war keine Unterstellung vom Direktor. Das war eine Hypothese von uns. Albert-Einstein-Gymnasium. Die entlassene Lehrerin, die für uns natürlich in den ganz engen Kreis der Verdächtigen gerückt ist, konnte uns ein glaubhaftes Alibi aufliefern. Sie war zum Tatzeitpunkt in einem Bewerbungsgespräch in einer anderen Schule. Ich habe das dann per Telefon kurz abgeprüft über das entsprechende Sekretariat. Und das ist mir bestätigt worden. Damit war sie für uns als Verdächtige raus. Ich versuche mal, was unsere Mehltypenwerfer dazu sagen haben. Und dann schicken wir die Zons jetzt ein bisschen nach Hause. Ja, ich glaube, die sind raus. Die Kommissare konzentrieren sich jetzt auf die drei festgesetzten Schüler. Um so schnell wie möglich Klarheit zu erlangen, teilen sich die Kriminalbeamten bei ihrer Befragung auf. Das verdächtige Trio ist Linus Hai gegenüber jedoch aufsässig. Jetzt erzählen Sie mir mal, was das für ein Theater ist mit der anderen Schule. Das ist ja von der Drecksschule. Ganz einfach. Die haben es verdient. Das ist halt wirklich so. Das ist die Drecksschule, also wo die anderen herkommen. Ja. Die sagen wahrscheinlich das Gleiche über euch, oder? Na, zu Unrecht. Zu Unrecht. Ja, okay. Das ist ja meistens so auf dieser Welt, der eine hat recht, der andere nicht. Wo wart ihr heute Morgen? Zocken. Zocken? Ja, wir waren verabredet, haben bei mir gespielt. Okay. Sonst noch jemand dabei gewesen? Nein, nur für drei. Mhm. Okay. Die beiden Damen, die da unten eben mitstanden, die wir heute Morgen in dem Pool des Hauses von dem Rektor der Befreundeten anderen Schule gefunden haben. Was fällt euch dazu ein? Die Jenny ist bei uns auf der Schule. Ja. Die ist so cool und vermittelt. Die ist besser als wir. Aha, verstehe. Die Lisa ist von der anderen Schule. Da brauche ich, denke ich, mir nichts mehr zu sagen. Warum finden wir dann die beiden Mädels zusammen in einem Pool, die von drei Personen, übrigens nebenbei bemerkte zwei männlichen, einer weiblichen, heute Morgen entführt wurden? Entführt weiß ich nicht, aber was ich im Internet gelesen habe, ist, dass sie ein bisschen Spaß mit unserem Konrektor hatten. Als ich in dem Vernehmungsraum mit den drei Jugendlichen war, waren sie sich in der Sache grundsätzlich einig, wobei zwei sich an dem Gespräch kaum beteiligt haben. Einer stach hervor, sehr arrogant, hat mich irgendwie so hingestellt, als wäre ich irgendwas da weiter unten. Und er ist irgendwas ganz da oben. Also diese arrogante Getur haben wir leider häufiger mal, aber im Endeffekt sind die Argumente auf unserer Seite. Und dann treffen wir uns nicht nur in der Mitte, sondern tauschen die Seiten. Freut ihr euch schon auf eure Anzeigen? Ja, da freue ich mich nicht drauf. Ich schreibe gerne mal ein bisschen länger nachmittags. Was ist das für ein Schlüssel hier? Der bekommt die. Der Vater der Anwalt dieser Stadt hier. Der Anwalt dieser Stadt? Um Gottes Willen. Ich würde mich schon mal drauf freuen, wenn ich einen Job verlieren und irgendwo in der Mall als Sicherheitskraft arbeiten. Wie sind Sie hierher gekommen? Mal eben, warum wieder das Wesentliche jetzt? Mach's mal auf, mein lieber Freund. Wenn du eine dicke Lippe riskieren willst, dann bist du im falschen Büro. Ja? Ich kenne meine Rechte und sie können gar nichts. Nein, können wir nicht. Was ist das für ein Schlüssel? Das ist mein Schlüssel. Ja, für was? Für mein Auto. Was ist das für ein Auto? Ein Van. Ein Van. Was wir euch wahrscheinlich nicht leisten können mit eurem Gehalt. Nee, wahrscheinlich nicht. Das macht nichts. Vielleicht möchte ich im Moment auch gar kein Van. Ist das zufällig ein dunkler Van? Nee, das ist ein dunkler Van. Und der steht hier auf dem Hof, sonst würden Sie nicht mit dem Schlüssel so auffällig spielen. Wollen wir uns das Auto mal angucken? Zu Fuß? Sicher nicht. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem Wagen des Schülers um das Tatfahrzeug handelt. Ihr Verdacht? Der 18-Jährige hat die Tat geplant, aus Rache für seinen Schulverweis. Die Kommissare wollen seinen Van auf Spuren untersuchen und ihn damit in die Enge treiben. Mal eben einen kurzen Blick. Ich meine, das Auto hinter diesem Silbernen da. Könnte das hinkommen? Ja, auf jeden Fall, oder? Minus. Was soll ich dir sein? Guck in die Karte rein. Das ist der. Ist der? Das ist der zu 100 Prozent. Guck mal. So, unser Schlauschnacker. Jetzt hätte ich gerne mal den Schlüssel, weil die Damen haben dieses Fahrzeug identifiziert als eben selbiges, mit wem sie heute Morgen entführt worden sind. Und wir können uns den Schlüssel auch holen. Ist das euer Ernst? Tatmittel. Normalerweise fahren wir so, wenn wir uns Einblick in ein Fahrzeug verschaffen wollen, da brauchen wir natürlich einen Beschluss zu. Es sei denn, der Fahrzeugführer lässt uns freiwillig nachsehen. Das war hier definitiv nicht der Fall. Von außen können wir uns natürlich jedes Auto ansehen, wie das jeder andere Mensch auch kann. Und ja, als wir dann gemerkt haben, wir stehen hier vor dem richtigen Auto, dann zog sich die Schlinge etwas enger um seinen Hals und er hat den Schlüssel doch freiwillig rausgegeben. Sturmhoben. Das ist mein Schal auf jeden Fall. Das ist ihr Schal? Ja, zu 100 Prozent, das ist mein Schal. Oh, jetzt haben wir einen Schal, wir haben Sturmhoben, wir haben ein Auto, was wiedererkannt wurde. Warum ist er denn so ruhig da vorne? Einmal leicht euch mein Auto... Einmal leicht euch das Auto... Na, 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 na. Ey, ruhig, wie ihr. Bleibt hier. Was ist denn das hier für ein Spiel? Ja, ich hab denen das Auto geliehen, auf einmal höre ich, dass die Leute damit entführt haben. Was ist denn los mit euch? Sie haben lieben das Auto geliehen. Ja, und Sie waren gar nicht in dem Auto drin? Nein. Wer ist denn der Dritte? Er war gar nicht im Auto drin. Nein. Nee, aber ich finde zwei, wenn Sie nicht die Dritte. Du lügst, du lügst ohne Ende, das ist wirklich unglaublich, das ist unglaublich. Den haben wir doch nicht. War er da mit bei? Ja, natürlich war er mit dabei. Ja, natürlich war er mit dabei. Was ist denn? So, ich würde mal sagen, ich komm. Ich würde sagen, das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen. Schlüpft mal rein in den maßgeschneiderten Armschmuck. Machst du eben das mal eben rum? Ich hab die Maske noch mal. Die beiden Jungs und das Mädel mit dem Schwarzen Wern, die wollten offensichtlich den beiden Schlichterinnen, die beiden Schülerinnen, denen eins auswischen. Ganz einfach. Und damit nicht genug. Unser etwas arroganter Anwaltssohn hat dann auch noch versucht, seinen D-Rex damit reinzuziehen, indem er ihn durch diese Veröffentlichung von den Fotos in Misskredit bringen wollte. Also mir fällt da nichts so ein. Unglaublich. Alles Gute. Danke. Alles Gute. Hoffentlich keine Erkältung geholt. Vielen Dank. Alles richtig gemacht, auch mit dieser App. Und gleich hinterher zu rennen, klasse. Vielen Dank. Alles Gute. Ich bin stolz auf meine Mädels. Das können sie auch sein. Ich hoffe, dass nichts weiter passiert. Die drei Täter werden wegen Freiheitsberaubung, Bedrohung und Körperverletzung verurteilt. Die beiden Geschädigten erhalten von ihren Schulen Auszeichnungen für ihr korrigiertes Auftreten. Sie erholen sich schnell von dem Schrecken.